Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogramm-Card gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also, gerne abchecken. Baske, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Freischuss-Challenge hier auf meinem Kanal, Leute. Mit meinem Bruder, wie geht's? Nicht viel. Perfekt. Heute, Florenz gegen Intermeidler, Leute, im Pokal, ja. Pokal in der Serie A, Leute. Wir werden heute mit, äh, wir müssen mal schauen, ob Ribéry drin ist, gegen, ähm, wir müssen mal schauen gleich, wen er nimmt. Wo ist Ribéry? Scheiße, Alter, Ribéry verletzt, Leute. Äh, was denkt ihr, wer gewinnt? Schreibt's in die Kommentare. Wo ist Ribéry, Alter? Ribéry ist es noch gar nicht hier gewechselt, oder was? Frechheit, Alter, kann doch nicht wahr sein. Dann müssen wir mal Boatengel nehmen, äh, Leute. Was haben die für eine komische Mannschaft? Leute, äh, lasst gerne einen Like da, macht die 1 Milliarden Likes voll, falls ihr nicht abonniert habt. Kostlos abonnieren, die Lockhart, den Tisch, einschalten, wisst Bescheid, checkt nur gerne den Shop aus. Nice, dein Schwarz, Weiß, 100 T-Shots, Bruder, Orange, Rot, Grün, Blau, ihr wisst es, Kissen, Tassen, Torbeutel. Nice, LED-Lampe am Start. Handyhüllen am Start, Leute. Oh, Orange, Blau, Rot und Grün. Und gratis. Portogrammkarte gibt's auch noch dazu. Gerne abchecken. Da ist ja ein Start mehr rein. Let's go. So, ab geht's, Leute. Ab geht die Post. Ich feiere die Trikots von Florenz, Alter. Diese violetten Trikots feiere ich. Aber, was ich wirklich nicht checke, war das, war kein Foul. Was ich wirklich nicht checke, ist, Alter, gibt das Ding. Warum, äh, Boateng, sag ich schon, warum Ribéry nicht da ist? Macht keinen Sinn. Weil manchmal, okay, sind die noch irgendwie bei den alten Vereinen oder so, aber bei Bayern ist der ja auch nicht mehr. Also, das macht gar keinen Sinn. Ähm, keine Ahnung. Aber gut, was soll's. Dann ist er vielleicht irgendwie freie Spieler oder so zu der Zeit gewesen. Ist egal. Was soll's. Äh, ich schieße oder so mit. Boateng, Leute. Wer ist das denn, Alter, mit der Nummer 7? Äh, Puglia. Ja, oder was? Puglia? Pulgar. Pulgar, Alter. Äh, Boateng, Alter. Boateng, eigentlich stabile Werte. Freistoß, Präzision. Ja, gut, ey. Ja, bringen. Aber guck mal, Kraft und den Fähl ist schon stabil. 84 und ich glaube... Boateng, die Nummer 10 hier. Das ist doch die Nummer, die man muss. Der könnte den einen oder anderen schönen, stabilen, saftigen, 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 saftigen Tobi Topspin raushauen. Deswegen, mal schauen, Alter. Mal schauen, der ist noch gut runtergebracht. Was war das für ein komischer Freistoß, ey? Boateng, äh, wieder... Macht der denn nicht die weißen Haare, ey? Ja, Mann, ganz komischer. Der hatte, glaube ich, schon ein bisschen länger. Ich glaube, das Bild, das der hat, hier, Ultimate Team oder FIFA Bild, ist, glaube ich, schon vier Jahre alt oder so. Das Startnion ist übertrieben geil, ne? Sieht richtig Hammer aus, ey, feierig, richtig. Okay, nächster Free Kick, mal ein bisschen weiter weg. Ähm, boah, das war aber nicht letzt. Schiri. Ich war im Überlegen, ob das ein letzter Mann war und rot geben könnte. Er gibt nicht mal faul, Alter, was ist los? Ganz verrückter Typ, so hier, Mann. Boah, schönes Ding. Komm, komm, komm. Na, geh dran da. Na, Schiri Ehren, Mann. Ehren, Mann, Alter. Das war echt knapp. Ah, du wolltest dich, Gretchen, ne? Ich war im 16er, Leute, konnte ich nicht reinflexen, deswegen. Na gut, na gut, na gut, Herr Bockst. Na gut, wir schauen jetzt, boah, Teng, bisschen weiter vielleicht, obwohl das, glaube ich, gar nicht unbedingt weiter weg, ey, du sehen. Könnt vielleicht nicht besser laufen, kann ich nicht wegkommen, Alter, scheiße. Okay, da ist er, boah, Teng. Letztens, der bin, das hat 80 Kraft, er bin 87, ich bin das, aber der Rest kann es auch vergessen. Gut, okay, boah, Teng, komm, nochmal, wir machen Tops, hin. Komm, ich bleib jetzt, glaube ich, viermal, viermal bei Tops, hin, Leute. Ich bin nicht so hoch, ey, so. Let's go, Alter, weil ich weiß. Ach, du Scheiße. Nein, ach, du Scheiße. Hä? Was rennt, ja? Junge, warum war der einmal quer, ey? WTF? Das kann ich mir gar nicht erklären, mach du, komm. Warum war der einmal quer, ey, what? Ganz, ganz komische Sache. Okay. Ich hab noch versucht zu korrigieren, aber wisst ihr, Leute, immer, wenn man versucht zu korrigieren, es gibt in den meisten Fällen gar nichts. Alter, der hätte sich so weggeblockt, warte. Ach, scheiße, was, so weit, gehen dann. Warte, jetzt. Ach, scheiß Dreck, Alter. Ich muss mir erwarten lassen, bis ich dein Tee drücke. Ja, du drehen. Ich konnte gerade kein Tee drücken. Ja, weil du dich noch mal... Bewegung war, Junge, du Knecht, Alter. Sei, weil du dich... Warte, weil du dich wieder so komisch gedreht hast. Labe jetzt, keine Ahnung, bleib stehen jetzt. Junge, Schiri, jetzt gib doch auch mal einen Freistoß, Alter, meine Fresse. Der war immer noch am Laufen, ich konnte nicht mal Tee drücken. Ja, ich weiß nicht, was im Schiri schon gelöst ist, Alter. Das ist eine Frechheit, der Schiri ist eine absolute Frechheit. Gib nicht mal Karte, das ist ein richtiger... Oh, da habe ich eine Karte bekommen. Ich glaube nicht, ey. Bislang, Schiri... Jokuzel, ehren Mann, hat man eine Karte bekommen. Ich habe dich doch ein bisschen nur gekriegt. Nein, nein. Achso, das stimmt. Meine ich doch. Falsch gesagt, scheiß gelaufen, weißt du? Okay, nice. Bislang keine Karte am Starrisch. Dings, Dragowski ist hinten im Tor, Alter. Der ist eigentlich Maschine gewesen, früher mal. Der war früher mal krankes Talent. Mittlerweile leider nur noch 73, ich weiß nicht. Der hat, glaube ich, auch nur noch... 85 Potenzial. Oder Lukaku, du weißt, Lukakus Topsplins. Ich habe eigentlich immer, bislang immer mit Lukaku und Intervailern geschossen. Ey, was machst der denn da, ist Simono? Der darf überhaupt so weit an mich rangehen? Ich weiß nicht, der ist nervös, glaube ich. Aber der will Lukaku bisschen verunsichern, weil der genau weiß, was... Verunsichert mich gerade. Was Lukaku für Topsplins drauf, Alter. Aber bislang habe ich, ich glaube, du hast noch nie mit Lukaku geschossen. Und zwei richtig saftige, was war das denn, Alter? Richtige, saftige... Oh, Dinger! Der ist noch richtig heftig geworden, ey. Mann, ich weiß nicht, warum meine Topsplins da immer so klein sind. Machst du nach unten zuerst? Ja, natürlich. Bist du dir sicher? Junge, wenn ich nach oben mache, dann wird der gar keinen Topspin machen. Nein, nein, weil ich habe das am Anfang auch mal, Alter. Nein, du hast immer nach unten. Nein, ich habe am Anfang immer, ich habe immer nach oben gemacht. Na gut. Ich mache immer so langsam, wie es geht, aber... Ja, mach mal schneller beim Nussmann. Ja, mach mal schneller. Ja, wer weiß, vielleicht liegt es daran, ne? Vielleicht liegt es daran, ne? Komm, machen wir meine erst mal. Machen wir meine, gibt es Dinge. Herr Benassi, Junge, was ist das? Wie langsam ist der aber auch gelaufen? WTF? Ja, mach mal du, komm. Wenn ich schon mal dabei bist, machst du Nussch. Ist scheißegal, nass ich auch erst Nusszwein, Nussch. So, bleib stehen, ey, Pisser, schönes Ding, ey. Ey, jetzt aber. Ach, vielleicht gibt es den Zweiten? Oder? Denkst du da hingelaufen, den Zweiten. Denkst du da hingelaufen, den Zweiten. Den Zweiten, Alter, aber ist das ein bisschen frech. Aber du hast ja nicht mal den Ball berührt. Das ist eigentlich besser. Deshalb kann ja gar kein Vorteil abgebrochen sein, wenn du nur den Ball berührst. Juck dir nicht. Badelli, war der mal bei... Äh, wenn du nur den Spieler berührst. Ich glaube, dieser Badelli war mal bei... Wirst du das nur den Spieler berührt? Na gut, Ball am Ende nur noch. Ja, Badelli, der hat schon gepfiffen, wo du mich berührt hast. Kann sein. Ist scheiße gelaufen. Der hat so Reflexe wie ein... Sind wir ehrlich? Ja, ein Otter. Ist scheiße gelaufen, ey. Na gut. Badelli war, glaube ich, mal beim... Ich weiß nicht mehr, aber ich meine, der war mal beim HSV, ey. Ey. Na gut. Lukaku, wieder Tobi, oder was? Heute nur Tops mit dem Battle, oder was? Ich glaube... Also, probier mal was anderes, aber ich weiß ihn nicht, ey. Ich glaube, Lukaku kann nur Tops mit so einem Scheiß. Ich habe noch nie einen anderen Freischuss mit dem reingezogen, aber vielleicht, siehst du, mit dem kannst du nur Tops mit machen, ohne Scheiße. Rest kannst du direkt lassen. Hier, warte. Jetzt kriegt er wahrscheinlich rot scheiße gelaufen. Naja, der hat so schnell abgepfiffen, Alter. Gebt direkt rot, ey. Jungs, ich habe gerade nicht mehr so gelb gekommen. Kann er eigentlich nicht machen, ey. Komm, Schiri, machen wir auf ehrenhaft. Alter, ich habe einige Rätsche davor gelb bekommen. Was soll das denn schon wieder, ey? Eine absolute Frechheit ist das wieder, ey. Unfassbar, Alter. Und dann auch noch Badelli. Als man ihn gebrauchte, war er da. Ist doch gut. Ja, hast du gerade die Kapitän-Spring gesehen, ey, bei... Digga, das war richtig komisch. Da waren so voll viele Wappen drauf, ey. Da sah irgendwie richtig geil aus. Auch hier, was haben die noch so einen Hahn, Alter? Habt ihr das gesehen? Wie so einen Hahn bei Frankreich, hattest du auch im Wappen. Sah ja ähnlich aus. Auch. Okay, jetzt musst du wieder Tops machen, ey. Du hast gerade gesehen, der hat 66 Frankreich, der hat ja einen Troutan, ey. Troutan, ey. Bin ich überhaupt da auch, ey. Ja, natürlich, ey. Du musst jetzt Tops machen, weil der hat 66 Freischuss-Spring, Leute. Der kann nur drauf ballern und irgendwie hoffen, dass das Ding reingeht. Was ist das wieder für ein Freischuss-Spring da gerade, Alter, wie Tev? Wieder so ein Kleiner, ey. Boah. Hä, boah, der schießt aber echt scheiße, Lukano. Nein, du musst nur wissen, wie. Nee, der schießt absolut scheiße. Du musst nur wissen, wie. Nee, der schießt absolute Dreck. Du musst wissen, wie, man. Ich meine, ich hab jetzt auch nicht so gut geht's hier, aber trotzdem, so einen Müll braucht man jetzt auch nicht schießen, ey. Nass die, Alter, der ist so langsam, Alter, meine Frise. Du musst aber auch, vielleicht hast auch nur Glück gehabt, weißt du? Ja. Ein bisschen Glück hat auch dazu, der hat halt nur 66 Freischuss-Spring. Sieht mal in Richtung, ne? Deswegen, musst du auch mal mit berechnen. Wir hatten zweimal in die Mitte geschossen, obwohl das gar nicht ging aus der Polizei. Ich glaub, heute gibt's mal eine lange Zeit, wir 0-0, Leute. Ich hab's irgendwie im Gefühl, ey. Ich glaub, wir hatten noch nie. Natürlich, am Anfang, voll oft. Nein, am Anfang, doch. Nein, haben wir immer getroffen, Leute. Nein, wir hatten am Anfang aber das eine oder andere Mal 0-0. Doch, doch. Weiß ich noch 100%. Warte mal, ist es mein Seilzeit? Seid der Vollversion, seid der Vollversion. Komm, ich mach mal, äh, diesmal keinen Tops-Spiel. Wir probieren mal mit einem schönen Schlenzer. Was hält der da oben für ein Bild? Kann ich ja nicht erkennen, wer soll das sein? Wer? Wer meinscht? Ey, ich weiß nicht. Ja, um deine Fans, Alter. Keine Ahnung. Komm. Oh, Tengt ist gut. Oh, nein, Handanovic. Der sieht aus wie Dings, italienischer Nationaltrainer. Zumindest ist es... Handanovic ist aber... 2016 oder so, oder? Ich weiß nicht, wie du meinst, von mir hältst du. Ja, guck doch, da oben, bei deinen Fans, Alter. Was soll da sein, bei meinen Fans? Da hat jemand irgendein Bild von irgendeinem Typen hochgehalten. Ich glaub, das war der italienische Nationaltrainer. Warum soll der ein Bild vorholen? Ja, schau doch gleich. Warte, mach ich gleich, nochmal selbe Posi, kann ich gucken. Ey, Alter, der ist voll weggeflogen, Alter. Gibt gar nichts. Was soll das denn? Ey, Junge, das geht wirklich 0-0 aus. Was für ein Bild, ey. Ja, ich seh den ja. Junge, ey. Ich hab's nicht gesehen, ey. Wie kann man nur so dumm sein, der hat das so... Das war so ein riesen Schild. Ich hab's nicht gesehen. Jetzt gibt der Rot, oder? Ein Gelb. Maximal Gelb, ey Maxim. Ja, der kann aber auch Rot geben. Barrier. Bezähl mir das, warte. Wo soll das sein? Da. Da, ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht. Ist mal, glaube ich, vor drei Jahren ist mal einer gestorben. Aber der sieht aus wie Dings. Aber das kann er nicht sein, ne? Wie 2016, der Nationaltrainer von Italien. Conte, meinst du? Ja, er Conte, genau so hieß der. Ja, kann sein. Der sieht aus wie Conte. Nächstes Mal vor zwei oder drei Jahren ist einer gestorben bei denen. Der war auch Kapitän. Ich weiß nicht, aber das ist doch... Der Junge, das ist doch kein Spieler aktiv. Guck doch mal, wie alt der aussieht. Ja, deswegen, weiß ich nicht. Das ist bestimmt Conte. Warum halten die Conte da jetzt? Ja, das ist die Frage. Ja, lass mich konzentrieren. Ich muss wenigstens noch ein Tor machen, meinst. Damit das Ding hier nicht 0-0 ausgeht, meinst. Komm, der ist gut. Der ist gut. Mann, Alter, der ist so scheiße gewesen, ey. Gegen Handanowitsch, sag ich, kacke, was willst du machen? Du hast... Ich bin fertig, was machst du? Du bist... Du bist dran, meinst. Okay, komm, du musst jetzt wenigstens ein Ding reinmachen, Alter. Das ist peinlich, ey. 0-0, unfassbar, ey. Unfassbar schlecht, ey. Unfassbar schlecht. Warte, bleib, 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 bleib. Jetzt krieg ich ja rot, Alter, toll. Ja, ich zweimal rot, absolut frecher, ey. Das ist wieder eine Freiheit von feinsten Sorte, ey. Der Ravowski mischt sich auch noch ein. Denk doch, ich kann hier noch irgendwas. Ja, das kann rot geben. Das gibt rot, ich war letzter Mann. Was für das kann, das muss. Ja, eiskalt letzter Mann, ey. Nein, wenn der so schneidet, dann gibt der noch mal rot. Siehst du das? Ah, da, da, das war der David Astori, jetzt, wo ich das sehe. David Astori, ey. Stimmt, der ist gestorben, Alter. Den haben die auf der Binde, Alter, das ist geil, ey. Ja, aber das ist der nicht. Ja, ich weiß nicht, ob der das war, aber man würde ja... Obwohl, schwarz-weiß-Bild kann es schon sein. Ja, was soll denn die Konter aufhängen? Ja, der verstehe ich auch nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber ich weiß nicht. Der sah eigentlich anders aus. Ich weiß ja, wie er aussah, aber der hatte eigentlich nicht so krass lange Haare. Ah, egal, Leute. Vielleicht war das so ein Bild in der Jugend. Ich weiß nicht. Vielleicht war das das beste Bild, das von dem Himmel. Da. Ganz knapp am Arm. Von da hat man so gern gesehen. Okay. Let's have free kick Lukaku jetzt nochmal einen saftigen, schönen Topspin, Alter. Den mach ich mal noch hier, weil der hat ja die ganze Zeit auf den Tor gezogen. Nein, 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 nein. Mach das nicht. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich geh knapp drüber, Alter. Ja, sowieso. Der war gut. Jawohl. Und jetzt? Jawohl, der ist gut. Der ist gut. Boah, der war richtig schön. Das war wieder Lukaku's Topspin von aller feinsten Sorte, Alter. Schade. Nein, 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 das war's, ey. Hey, was soll das? Leute, das war's. Wenn es euch gefallen hat, ja, lasst gerne ein Like, dann lasst gerne ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten, ja. Macht die eine Million Likes voll, checkt euch gerne den Shop aus, ne. Nice Design, schwarz, weiß, hat sich auf Kluge, orange, Leute. Oh, grün und blau in den vier Farben. Checkt gerne aus. Kissen, Kassen, Tormodeln, nice. LED-Lampe noch am Start. Handyhüllen noch am Start, Leute. Orange, blau, rot und grün und gratis. Autogrammcard, ey, haben wir auch noch, gibt's auch noch zu eurer Bestellung dazu, also gerne abchecken. Wir haben's so, wir wollten's so ein, dass man immer einen Joker benutzen kann, haben wir auch vergessen. Egal, das war das nur bei den... Nein, wir machen das jetzt immer. Das ist ein bisschen interessant. Ja, aber Joker, das waren doch schon unsere besten Schritte. Ja, gut, aber man kann trotzdem halt kurz mal einen Joker einsetzen. Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal oder rein und ciao.